Ich zeige dir jetzt in diesem Video eine der besten Möglichkeiten um 1.500 Euro bis 3.000 Euro pro Auftrag und Kunde pro Monat zu bekommen. Damit kannst du locker 10.000 bis 20.000 Euro pro Monat verdienen. Mit einer Fähigkeit du dich ziemlich einfach aneignen kannst und das Ganze ohne Startkapital starten kannst. Ja, diese Möglichkeit gibt es und ich werde dir in diesem Video Schritt für Schritt diese Prozesse zeigen, wie du diese verschiedenen Tools nutzt, welche Tools sind sie überhaupt und wie du überhaupt an diese Kunden kommst. Du musst dir dieses Geld bezahlen. Nein, es ist diesmal kein Fiver- oder Upwork-Thema, sondern natürlich viel hochwertige Kunden, die dir auch wirklich Geld bezahlen für etwas, was langfristig mit dir zusammenarbeiten können und du entsprechend auch viel länger planen kannst. Du kannst den Kunden das ganze Jahr bedienen, dann hast du zwischen 18.000 bis 36.000 Euro pro Kunde. Machst du hier 10 Kunden, hast du 180.000 bis 360.000 Euro im Jahr. Dafür musst du dieses Video anschauen, damit du wirklich weißt, wie das Ganze funktioniert und dieses Geld verdienen kannst. Also lass uns mal direkt einsteigen. Hi, grüß dich, der Eugen von Income Butler hier und wenn dich für Online-Geld verdienen passives Einkommen interessiert, sollst du auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Denn ich werde hier jede Woche drei Videos zum Thema Online-Geld verdienen veröffentlichen mit verschiedenen Tutorials, Tipps, Tricks und vielen, vielen Möglichkeiten, so dass du davon profitieren kannst. Also auf jeden Fall abonnieren und die Glocke aktivieren. Ich gehe zuerst zum Tool rein. Das heißt, wir haben hier der Winchy Resolve. Der Winchy Resolve ist eine richtig starke Plattform und Tool, wenn man das Ganze anschaut. Hier werden sogar Videos damit erstellt. Ja, wirklich Kinofilme. Und du siehst, hier sind viele verschiedene Kinofilme, die damit erstellt worden sind. Und das ist halt eine richtig starke Software. Ja, es ist wirklich die beste Software, die es eigentlich auf dem Markt gibt. Du kannst sie aber hier vollkommen gratis runterladen und kannst die komplett gratis kostenlos nutzen. Nur für Kino-Highlights und Filme kostet die Software natürlich etwas. Aber ansonsten kannst du hier alles Mögliche machen. Und du siehst hier, so wird mit diesem Tool zum Teil gearbeitet für verschiedene Kinofilme. Und das ist ja das Geniale, dass du so eine Software für dich einfach nutzen kannst. Und damit entsprechend auch dir einen ungeheuer wichtigen Skill aneignen kannst. Ja. Und du siehst also, was du damit alles machen kannst. Ja, es ist wirklich richtig cool. Und du kannst das Ganze auf verschiedenen Plattformen nutzen. Nutzen auch direkt über hier auf TikTok, YouTube und alles Mögliche hochladen und, und, und. Ja, du siehst, du kannst hier auch mit Freunden zusammen oder Kollegen zusammen an diesem Tool, mit diesem Tool arbeiten. Das ist eben was halt so viel Spaß macht. Ja, also du siehst hier ganz, ganz viele Sachen, die du hier machen kannst. Ja, Coloring, Cutten, Fusion zusammenführen und vieles, vieles mehr. Ja, ich überspringe hier ein paar Punkte. Ja, das brauchst du auch alles nicht, da dir reicht vollkommen die komplett kostenlose Version. Und zwar hier DaVinci Resolve. Die kannst du komplett gratis herunterladen und damit entsprechend auch arbeiten. Alternative wäre natürlich Adobe After Effects Pro, was du nutzen könntest. Du kannst hier die für 31 Euro im Monat nutzen, für den nächsten 6 Monate. Ansonsten kostet dann eben 62 Euro. Da hast du aber auch hier alles komplett von Adobe bei dir drin, was du brauchst und vieles, vieles mehr. Auch eine richtig gute Software, definitiv, aber natürlich nicht so stark wie der Venture Resolve. Trotzdem sehr, sehr spannend. Und für Schüler, Studenten gibt es hier sogar einen schönen Rabatt, dass du einfach da ordentlich profitieren kannst. Ja, und Adobe After Effects an sich kostet sogar eigentlich weniger. Der Rest, diese riesengroße Creative Cloud, die würde dann hier mehr kosten. Und naja, eine ziemlich coole Möglichkeit. So, jetzt die Frage natürlich, was machst du jetzt damit? Hast du so viele Informationen schon bekommen, was machst du damit? Und zwar gehen wir hier jetzt auf TikTok zum Beispiel, ja, warum TikTok ist aktuell sehr, sehr stark im Fokus und geben hier Fitness ein. Jetzt haben wir hier verschiedene Videos, wie du siehst, ja, das können wir auf irgendein Video draufklicken. Zum Beispiel nehmen wir mal jetzt dieses Video, dann siehst du hier dieses Video, ja. Das macht sie, okay, super, sie geht laufen, schauen wir, wie das Video ausschaut. Okay, sie zieht sich an, wie BH, dies, das, das. Okay, machst du jetzt hier noch das drauf, das drauf. Jo, okay, es dauert also ein bisschen das Video und jetzt geht sie laufen. Okay, ähm, schön. Dieses Video hat trotzdem 1,9 Millionen Views. Das ist schon richtig krass, ja. Ich frage natürlich, wie viele Abonnenten hat sie. Ja, gar nicht so viele, dieses Video hat trotzdem krass performt. Und das ist halt richtig, richtig heftig. So, wenn wir jetzt ein paar andere Videos anschauen, nehmen wir jetzt zum Beispiel den hier jetzt her und, ähm, schauen wir das hier schon mal besser. Ja, ich hätte schön, ähm, die Oma und Text dazu, wunderbar. Also kann man sich auch noch anschauen. Cool, er hat es auch hier einiges an Views bekommen, aber nicht so viele wie diese Dame. Es hat trotzdem noch nur 1.000 Views, ist es wirklich schon richtig stark. Das heißt also, wir können es hier ziemlich coole Videos anschauen und auch, halt, der hier, ja, schauen wir mal, hier spielen wir auch ein bisschen weiter vor, dem Video, so, okay, ähm, ja, Transformation, okay, wunderbar, 3 Millionen Views, richtig stark. Das heißt also, was wir machen können, ist, diese Personen könnten wir jetzt anschreiben und denen entsprechend Video-Adding anbieten, weil, hier geht definitiv viel mehr. Ja, wenn wir uns diesen, äh, dieses Video anschauen, ja, äh, schauen wir mal, wie das Ganze hier ist, zack, okay, ja, hier geht's auch noch einiges an Editing, aber definitiv schon schlecht, ja. Trotzdem könnte man hier noch viel mehr rausholen aus diesem Video-Adding, da gibt's noch richtig, richtig, richtig gute und wenn du das ein bisschen kannst, ja, in diese Richtung, dann wirst du hier komplett den Markt abräumen, weil jeder damit die jetzt auch arbeiten möchte und du kannst dann 1,5 bis 3.000 Euro pro Kunde, pro Monat, bei langen, wo du dann 20, 30, also 15 bis 30 Videos circa pro Monat lief hast, ja, das ist richtig, richtig stark. Genau, und wenn dir das bis jetzt schon geholfen hat, dann lass mir auf jeden Fall ein Abo da, schreib mal einen Kommentar hin, ob das was für dich ist, in welchem Bereich oder ob du noch welche Tipps und Tricks benötigen würdest. Eine andere Plattform wäre natürlich hier, wenn man es anschaut, auch hier gesundes Leben eingeben mal und schauen, was wir so hier finden auf Instagram. Auch diese Person kannst du entsprechend noch anschreiben, hier, schau mal dieses Video mal kurz an, ja, dann siehst du, okay, ja, okay, das war vielleicht ein Live-Video oder sowas, hat uns nicht gedauert, lass mir mal nächstes Video mal anschauen, ob das was anders ist. Ja, also das Video kann man viel, viel besser machen zum Beispiel, oder könnte man dieser Person eventuell das anbieten, sowas zu machen, ja, und auf Instagram kannst du sehr viel davon finden, weil Instagram wird nicht so, also, ja, oft mal nicht so verwendet, wie es verwendet werden kann mit den Reels, das heißt also, man kann hier auf jeden Fall noch einiges rausholen. Also von daher, da kannst du die Person auf jeden Fall anschreiben, auf Instagram, auf TikTok, okay, TikTok ist ein bisschen schwieriger, da kannst du im Pressum nachschauen, die Person dann anschreiben. Genau das gleiche aber auch auf YouTube, ihr könnt auch auf YouTube Shorts hier gehen und YouTube Shorts kannst du die Person auch anschreiben, genau das gleiche wie eigentlich hier TikTok, ja, also siehst du auch, wenn man hier gesundes Leben um einen gibt, dann siehst du hier schon mal ein paar andere Möglichkeiten, ja, was sie so machen. So, und der zum Beispiel, auch wenn er nie so viele Views bekommen hat, hat er trotzdem ein gutes Video erstellt, hier ist ein bisschen mehr Zoom, hier gibt es ein bisschen mehr Farben, ja, also von daher, der ist schon ein bisschen besser gemacht, schauen wir mal zum nächsten an, vielleicht hier zum Beispiel ziemlich cool, ja, mit mehr Animationen, die natürlich noch besser gemacht werden könnten, ja, aber für einen Arzt eigentlich schon mal gar nicht so schlecht, von daher gibt es noch ein bisschen mehrere Sachen, die du mir anschauen kannst, also hier auch ganz einfaches Video Editing, manche wollen nur Untertitel drin haben, kannst du auch anbieten und dafür gibt es sogar eine komplett einfache Software, die zeige ich dir jetzt auch gleich, machen wir kurz hier einen neuen Tab auf und zeige dir diese Software, mit der du einfach ganz, ganz einfach schnell auch entsprechend solche Untertitel erstellen kannst, das ist hier Captions, Captions AI, die gibt es hier auch für den App Store, kannst du entsprechend runterladen und so eine Erstellung von Untertiteln dauert nicht lange, du tust das Video hochladen, den auf dem wie lang das Video ist, aber bei Kurzvideos da aus in der Regel keine 60 Sekunden und schon hast du deinen Untertitel fertig, du kannst dann später noch hier entsprechende Sachen anpassen, wie du möchtest und das Ganze geht auf Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch und vielen anderen Sprachen, weil die KI das Ganze für dich übernimmt, das ist halt echt richtig, richtig stark, was du damit alles machen kannst, von daher, einer der coolsten Möglichkeiten, die du das Ganze hier nutzen kannst, hast du natürlich, okay, wie lerne ich das Ganze mit Video-Editing, natürlich dafür müsstest du entweder einen Online-Kurs holen oder du nimmst einfach das hier auf YouTube, da gehst du auf YouTube und gibst entsprechende Videos ein, in dem du da einiges lernen kannst und du wirst da vieles lernen können, genauso auf TikTok hier wirst du auch einiges lernen können, also einfach mal kurz schauen und du wirst dadurch sehr, sehr viel lernen können, richtig tolle Skills und du wirst sehen, dass du dann mit diesen Sachen, wenn du das lernst, wirst du vieles, vieles editieren können und das ist wirklich ein Skill, was für die nächsten Jahre sehr, sehr wichtig sein wird, ja, von daher, da kannst du einfach nur profitieren und du siehst, sind einige Videos dabei, die noch viel besser performen könnten, weil die Qualität einfach noch nicht stimmt, ja, von daher, da kannst du auf jeden Fall noch einiges rausholen bei diesen Personen und dementsprechend auch helfen, genau, eine richtig coole Möglichkeit, das schreibt mir gerne in den Kommentar rein, wie das Ganze gefunden hast und natürlich auch, ob du weiter Fragen hast, wo ich dir nur helfen kann, etc. Und eine weitere coole Möglichkeit ist, dass du dieses Online-Training hier besuchst, das komplett kostenlose, wo wir dir das Abstand einfachste Business erklären, wie du hier starten kannst, ja, das Training ist vollkommen kostenlos, du kannst unser Business 1 zu 1 kopieren, mit zwei Klicks kannst du es übernehmen, das sind Landingpages, Funnels und E-Mail-Marketing-Funnels und 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 und, und wir optimieren für dich sogar noch im Hintergrund weiter und verkaufen sogar für dich, also 90% Arbeit haben schon für dich übernommen, mehr dazu aber im Online-Training, schaust du einfach an, es ist kostenfrei, wir sehen, das wird sich rentieren, ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Video, bis dahin, ciao, servus.